Legge Distanz beim Sprinten zurück. Also insgesamt müsst ihr 1700 Distanz beim Sprinten zurücklegen. Für die neuen Spieler unter euch, links unten, wird euch im Menü ein weißer Balken angezeigt. Das wäre die Sprintausdauer. Wie ihr seht, könnt ihr die aufbrauchen. Sobald ihr die leer habt, könnt ihr normal weiterrennen. Die lädt sich danach nach. Sobald die wieder voll ist, könnt ihr wieder weiter sprinten.